Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater-Spiele und ich habe heute dabei Space Race. Space Race the Card Game, schon öfter in zu Tisch gewesen, also schon oft auf dem Tisch gelegen, auch in allen möglichen Besetzungen, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Das Spiel ist für 1-4 Spieler, hier steht drauf 30-60 Minuten, das trifft es eigentlich auch ganz gut und ab 13 Jahren, ja, dass es auch war, denn ganz so leicht ist es denn doch nicht. Und Autor, da muss ich nachgucken, also auf jeden Fall Marek Loskott und Jan Sukal, Sukal sind die Autoren, und der Illustrator, also bei so diesem Spiel sollte der wirklich mal genannt werden, das ist Daliburg-Kirch, ich zeige euch da gleich mal ein paar Karten, denn das, was hier an Illustrationen drinsteckt, das ist einfach der helle Wahnsinn, das Spiel ist wunderschön. Und ja, das Thema hat mich natürlich sofort gelockt, Space Race assoziere ich sofort irgendwie so ein bisschen Twilight Struggle ist diesen Space Race Track, bin dann kopfmäßig schon irgendwie so ein bisschen im gehalten Krieg angelangt, ganz so ist es jetzt nicht, aber ich habe eben gehofft, dass es genau so thematisch hier zugeht, denn letztendlich bauen wir hier aus Karten unseren Space Race Track und versuchen eben als erfolgreichste Agency eben ins All zu kommen. Wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt an, und wie es uns gefällt, darüber unterhalten wir uns danach. So, hier sehen wir die Komponenten von Space Race, das ist ein Kartenspiel, letztendlich das, was drin ist, sind Karten. Ich zeige aber jetzt hier einfach mal so ein paar Karten und Komponenten, weil es einfach zum Beispiel schick ist, also allein schon die, das hier sind die unterschiedlichen Spielaufnahmen, da hat jeder so einen Satz von zwölf Karten, allein da sind die Rückseiten. Ich halte die mal hier so ein bisschen dichter, echt, also schon wunderschön gestaltet, und ebenso auch die Vorderseiten sind wunderbar. Und ich habe in diesen zwölf Karten unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel hier Propaganda, die habe ich in drei Stärken, eins, drei und sechs, und wenn ich die mal nebeneinander lege, dann ist es so, dass je stärker die Karte wird, das erkennt man auch auf dem Motiv des Bildes, finde ich sehr schön. Also hier sitzt der Typ alleine in der Bahn, einer dabei, zwei dabei. Genauso ist es, wenn ich hier das Space Program nehme, Space Program Level 1, startet das gerade, ne, Space Program Level 3, gerade durch die Wolken durchgebrochen, Space Program Level 6, durch die Decke, ne, wunderbar, absolut toll, das, also, sowas sorgt bei mir schon für eine Menge Stimmung im Grunde im Spiel. Ja, da habe ich, äh, identische Kartensätze, für jeden Spieler einen, sucht man sich aus, ich nehme jetzt einfach mal den schwarzen hier, und lege die anderen mal wieder zur Seite. Ja, dann habe ich hier also noch diverse Übersichtskarten, auch für Solo-Game sind, äh, Übersichtskarten dabei, aber zum Solo-Game kann ich, wie immer, oder wie so oft, äh, nichts sagen, da nicht gespielt, ne, also, so sind sie richtig drin, ne. Da haben wir sie noch zweiseitig, also man hat da, äh, auf jeden Fall eine Menge Übersicht, und die sind eigentlich auch sehr gut gemacht, muss ich sagen, also die helfen schon gewaltig beim Spiel. Des Weiteren habe ich viele, viele andere Karten, die mich hier im Spiel voranbringen, oder auch nicht, je nachdem, äh, was kommt, denn natürlich, wir haben hier einen Kartenstapel, den ich natürlich schon ein bisschen manipulieren kann, aber ein Kartenstapel ist halt, wie gesagt, ein Kartenstapel, ne. So, es läuft folgendermaßen, in meinem Zug spiele ich eine dieser Aktionskarten, die ihr gerade gesehen habt, mit der unterschiedlichen Stärke aus. Wir brauchen dafür allerdings eine Auslage, damit wir diese, damit das Ganze für uns eben auch Sinn macht. Mit vier Spielern werden vier Karten offen ausgelegt. Das ist jetzt einfach das Erste, jetzt haben wir hier einmal den, oh, machen wir so, dass es auch gut zu sehen ist, hier den Lang, äh, Lunarkot, oder Hot, Lunarkot, Apollo-Programm, dann haben wir die Vostok, das Vostok-Programm, oder das Vostok-Programm und ein Space-Shuttle. Ja, das sind jetzt erstmal sehr viele Space-Programm-Karten, die legen wir es ein bisschen in die Mitte, und diese Karten machen zum Anfang unser Universe aus. Ja, aus diesem Universe beziehen alle Spieler ihre Karten. Zwei Karten werden verdeckt dazugelegt, so. Ja, die werden gleich erst aufgedeckt, wenn jeder sich schon positioniert hat, was er macht, äh, in der Runde, worauf er sich stürzen möchte, dann werden diese Karten aufgedeckt, werden dazugesortiert und, ähm, symbolisieren eben, äh, so diesen unerforschten Teil des Alls, ne, was eben so alles passieren kann, so ein bisschen. Jetzt wird das Ganze noch nach Sorte sortiert und auch nach Reihenfolge und so ist es jetzt erstmal. Jetzt bekommt noch jeder Spieler Karten, der Startspieler, ich würde sagen, ich nehme einfach mal diese Rakete, habe ich glaube, mir noch gar nicht gezeigt, die Rakete, also ich muss mich nochmal sagen, das ist wirklich, äh, das Ding ist ein Hammer. Ja, diese Rakete, allein fand ich schon wirklich, na, so, genial, da ist sie. So, Startspieler, also in dem Fall ich, wenn vier, äh, drei Karten, vier Karten auf die Hand für meine, oder vielleicht für meine, für die zweite Spielerin, äh, wenn wir zu zweit spielen würden, für meine gegenüberliegende Spielerin Elli, oder wenn mehrere dabei sind, kriegen Spieler drei und vier, fünf Karten. So, aber, ich mach das mal für zwei, was ich im Übrigen, das kann ich ja schon mal ruhig vorwegnehmen, auch, äh, für die ideale Spielerzahl halte, aber gut, ähm, so eine Karte hier, die ist ganz gut, um mal den Zugablauf zu erklären. Hier habe ich sämtliche Stränge drauf, nämlich Propaganda, Technologie, Space Program und Breakthroughs. Das sind die unterschiedlichen Sorten, die es gibt. Zu welchem Gebiet eine Karte im Allgemeinen gehört, wenn man sie denn aus der Auslage haben möchte, steht hier oben. Das heißt, ich muss, äh, irgendwie eine Chance haben, Technology Cards zu nehmen, um diese Karte hier zu nehmen. Das ist also praktisch, äh, gleichbedeutend mit diesem hier. Auch wenn sie für alle Stränge zuständig ist, nehmen kann ich sie nur mit Technology. Das ist, äh, auf jeden Fall eine Sache, die ich wissen muss. Das sind, wie gesagt, Karten, die ich auf der Hand habe, die sind erstmal jetzt noch nicht relevant. So, jetzt muss ich gucken, was habe ich hier liegen. Möchte ich, äh, ein Space Shuttle, äh, haben in meiner Auslage mit zwei Strängen oder möchte ich lieber hier so ein Lunokod oder das Apollo Program oder, oder, oder. Das sind alles Karten übrigens mit Sternchenfähigkeiten und hier unten auf den Karten steht immer drauf, was sie dann eben machen. Das war Stock Program zum Beispiel, ähm, man kann aus der Hand eine Karte ins Labor legen, zufällig, und wenn das eine Propagandakarte ist, die man da ablegt, äh, dann kann man die sogar in die Agency legen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Labor und Agency sind zwei Punkte, wo ich meine Karten hier vorne auslege, und zwar habe ich zum einen ein Labor, da kommen Karten verdeckt rein, so. Im Verlauf des Spieles wächst dieser Stapel wünschenswerterweise, denn er gibt jedes Mal Siegpunkte, wenn ich, äh, Karten reinlege. Am Ende des Spiels ist ein Siegpunkt pro Karte, und gleichzeitig wächst meine Agency hier, indem ich einfach Karten, die ich habe, jetzt einfach hier mal so beispielhaft, auslege. So. So. Daraus wächst eben die Agency. Wir lassen die Karten tatsächlich jetzt auch mal hier liegen und schauen einfach mal, äh, was passiert jetzt möchte ich. Welche Karte möchte ich denn? Wenn ich jetzt also mir meine Auslage jetzt mal anschaue, äh, schon ein bisschen reingezoomt praktisch ins Spiel, ja, dann muss ich gucken, was macht mir jetzt, äh, hier am meisten Fähigkeiten. Ne, ich habe hier diese, diese Uhr am Ende, das ist eine Bürokratie-Phase, die kommt nach dem, nach der eigenen, nach den eigentlichen Aktionen, die gucken wir uns an hier, dass hier diese Karte hat eine eigene Regel, whenever, ähm, eine, whenever eine Karte appears mit Weltkugel oder Alienkopf im Universum, das sind Breakthroughs, kann ich nochmal eben kurz zeigen, bei diesen Breakthrough-Karten sind hier unten so kleine Symbole nochmal abgebildet. Wenn da jetzt hier eine Weltkugel drauf wäre oder ein Alienkopf, was es nicht ist, ist ein Astronaut, dann könnte ich jede Karte, die ich in der Agency schon genutzt habe, also mit, mit Verbrauchsfähigkeit, direkt wieder umdrehen. Das wäre natürlich, ist natürlich eine super Sache, aber haben wir nicht. So. Ich habe die Option, Fähigkeiten zu spielen. Und zwar spiele ich Fähigkeiten entsprechend meiner Aktionskarte. Und ich sage mal, äh, gucken uns hier mal den lila Strang an, da habe ich drei Fähigkeiten. Für den lila Strang müsste ich das Space Program spielen. So. Und da liegen drei Karten, die mir vielleicht alle in den Kram passen würden, sage ich mal. Und deswegen würde ich jetzt Space Program auf Level 1 spielen. Nicht auf Level 3 und nicht auf Level 6, sondern auf Level 1. Zusammengezählt bin ich aber sowieso hier auf Level 1, 2, 3, 4. Das heißt, würde mein Gegenüber jetzt auch Space Program spielen wollen, müsste er schon eine Fünfte hinlegen an Wert, zumindest aber auch die 6 natürlich, äh, um froh mir dran zu sein. Das heißt, würde er nur auf einen Wert von, von weniger als 4 kommen, könnte ich mir sowieso als erstes aussuchen, welche Karte ich nehme. Würden mehrere Spieler teilnehmen, sagen wir mal so, und mehrere Spieler, äh, haben unter, entscheiden sich für unterschiedliche, äh, Auslegungen, also unterschiedliche Aktionen, Auslegungen, Quatsch. Ähm, dann wird in dieser Reihenfolge abgespielt, so wie es eben auf den Karten immer aufgedruckt ist. Erst Propaganda, Technology, Space Program, Breakthrough. Ja, das heißt, das ist, würde gleichzeitig die Spielerreihenfolge bestimmen. So, ich habe mich aber für Space Program entschieden. Nachdem ich mich entschieden habe und nichts mehr ändern kann, theoretisch, äh, ist die Karte in dem Moment noch verdeckt und auch bei meinem Mitspieler werden die Karten aufgedeckt, die zufällig und verdeckt ins, äh, All gekommen sind. Und dann haben wir hier einmal das Space Tourism und einmal The Eagle Has Landed. So, das sind auch Karten mit neuen Fähigkeiten. Äh, dann hier sehen wir auch so eine Uhr drauf wieder. Die hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Diese Uhr ist eben eine Bürokratiefähigkeit. Gucken wir uns nachher in der Bürokratiephase an. Und genauso ist es hier bei The Eagle Has Landed. Ja, ich halte die zwischendurch immer mal rein, weil die einfach zeichnerisch ist. Das ist wirklich, äh, absolut genial. Das ist so schön illustriert. Dazu wirklich tolle Leinenkarten. Wunderbar. Also da bin ich, äh, super. Es macht Spaß, alleine durch diesen Kartenstapel durchzublättern und sich, äh, verschiedene Sachen anzugucken. So, nichtsdestotrotz, sagen wir mal einfach, ich bin dran, habe diese Karten hier schon ausliegen und spiele mein Space Program. Jetzt kann ich diesem lila Strang einfach immer weiter folgen und fange links an und spiele eine Aktion. Dann wäre theoretisch der nächste dran, der auch Space Program gespielt hat. Das ist eine Sache, äh, die macht es oft ein bisschen, äh, zwirbelig, ähm, wenn man seine Aktion abwechselnd spielt, aber wiederum auch nicht, wenn man in unterschiedlichen Strängen unterwegs ist, ne? Also das macht es so ein bisschen, ja, ein bisschen verquer. Kam uns jedenfalls öfter mal so vor. Aber wir fangen einfach jetzt mal an und folgendermaßen. Ich klicke die mal hier in die Mitte. Ich habe zwei Fähigkeiten auf dieser Karte und habe hier diese Sternenspill-Universum. Also das heißt, alles, was ich aus dem Universum nehme, allerdings beschränkt auf diesen Kartentyp mit dieser Karte. So, ich darf eine Space Program-Karte aus dem Universum nehmen und hier haben wir das Hochhaus in meine Agency legen. Das ist die erste Fähigkeit, die diese Karte hat. Die zweite Fähigkeit, die diese Karte hat, ich muss mir das auch nicht aussuchen, die kann beide, dafür habe ich auch nur eine Eins gespielt. Ich kann entweder oder, es geht um zwei Karten, hier haben wir die zwei, aus meiner Hand oder aus dem Deck Karten ins Labor oder auf die Hand nehmen. Also aus meiner Hand auf die Hand, macht keinen Sinn. Also würde ich, ich kann das Ganze auch splitten, eine ins Labor, eine vom Deck auf die Hand, wie auch immer ich das Ganze denn angehen möchte. Ich würde tatsächlich sagen, ich gucke mich hier meine Handkarten mal an und finde, die würde ich gerne spielen wollen. Die hier lege ich jetzt ins Labor. Die kommt dann so verdeckt hier davor. Das ist mein Labor, ein sicherer Punkt, Beispielende. So, des Weiteren habe ich noch die Option, eine Karte aus dem Deck auf die Hand zu nehmen. Das tue ich, um mein Deck einfach mal wieder ein bisschen aufzufüllen, habe ich die Moon Speech von Herrn Kennedy. Ja, eine Propaganda-Action, natürlich. So, des Weiteren kommt jetzt der Lila Strang oder dem Lila Strang folgend diese Karte. Und bei dieser Karte ist es jetzt wichtig. Bei der ersten war es nicht so wichtig, denn diese Aktionskarten spiele ich einmal im Spiel. Dann ist sie weg. Ja, ich habe zwölf Aktionskarten. Das Spiel besteht aus sieben Runden. Das heißt, ich spiele viele von diesen Karten sieben Stück. Und das heißt, danach ist sie weg. Aber auch hier sehen wir einen linken Bereich in der Karte und einen rechten Bereich. Im linken Bereich sind keinerlei Fähigkeiten. Im rechten Bereich wohl schon. Die Fähigkeiten im rechten Bereich, da steht jetzt nicht drauf, das muss man einfach wissen, das steht aber jetzt auch in den Regeln drin, sind Verbrauchsfähigkeiten. Das heißt, die kann ich einmal nutzen. Und zwar, egal welchen Strang, so wie ich eine Karte, eine Fähigkeit genutzt habe, sind die alle hinfällig. Es sei denn, ich finde eine Fähigkeit, um sie wieder aufzudenken. Das haben wir vorhin gesehen. So, wir sind auf dem lila Strang. Das heißt, ich könnte eine Karte, und hier haben wir wieder Hand, Deck, Laborhand. Ja, im Grunde dasselbe wie eben. Würde ich das Ganze nutzen, lege ich die nächste Karte in der Reihe hier drauf und verdecke damit die Fähigkeit. Danach haben wir dann Sergej Korolev. Sergej Korolev ist ein Leader. Davon kann ich einen in meinem Agency-Team haben. Die haben öfter noch mal ein paar mehr Fähigkeiten, diese Leader. Zum Beispiel neben diesen zwei Strängen, die er hat, hat er noch eine Bürokratiefähigkeit. Denn man kann diese Karte immer wieder nutzen, wenn man am Ende des Zuges in der Bürokratiefase keine Karten mehr auf der Hand hat. Das ist eben seine spezielle Fähigkeit. Ansonsten kann ich mit ihm eine Karte von der Hand in die Agency legen. Und zwar entweder eine Technology-Karte, je nachdem was ich gerade spiele. Technology-Karte oder Space Race-Karte. Äh, Space Program-Karte. Ich muss allerdings auf diesem Strang auch unterwegs sein. Also ich kann nicht sagen, oh, ich spiele eine Propagandakarte, folge halt dem ganzen Strang. Und wenn ich bei ihm angekommen bin, auch schon spiele ich eine von der. Nee, es muss tatsächlich eine Kommandokarte oder Aktionskarte, Space Program oder Technology sein. Sonst nicht. Ja? Das ist natürlich eine sehr mächtige Sache, denn ich kann direkt mein Deck durchgucken und sind hier auf dem lila Strang. Da lege ich doch direkt Baikonur noch daneben und verlängere damit meinen lila Strang. Und kann die Karte, die ich gerade gespielt habe, auch direkt aktivieren, diese Runde. So, nächste. Also sagen wir mal, er hat das Ganze genutzt. Dann wird das hier auch abgefragt. Small Step for Men ist ein Breakthrough. Dementsprechend nicht nützlich. Secret Project ist eine Propaganda-Action. Kann ich leider gerade nicht tun. Dann haben wir hier Cassini-Huygensk, ist das nächste, was wieder auf dem Space Program Track ist. Und auch diese Karte, das ist relativ einfach, Deck-Hand, eine Karte, Deck-Labor. Ganz, wie ich das Ganze eben möchte. Dann würde ich sagen, stellen wir uns hier mal ein bisschen sicherer auf und legen. Oh, jetzt haben wir das Labor verschoben. Mensch, diese Karte noch ins Labor. So. Die Fähigkeit ist links. So, links auf der Karte. Das heißt, ich kann die nächste Runde, bzw. den nächsten lila Strang wieder aktivieren. Das heißt, ich muss damit nichts abdecken. Jetzt käme Baikonur. Und hier haben wir das Kosmodrom. Und ich könnte auch noch eine Fähigkeit aktivieren. Deck-Hand einmal in Hand oder Labor. Auf dem Breakthrough-Strang kann sie das sogar aus dem Universum tun. Sie kann auf dem Technology-Strang zwei Karten vom Deck oder vom Nazi-Stapel eben auf die Hand nehmen. Nur ist es dann hier auch wieder, das sind rechte Fähigkeiten, also weg. Bis sie wieder freigespielt werden. Das ist das Ding. So, jetzt habe ich aber immer noch hier die erste Fähigkeit, die ich noch gar nicht gemacht habe. Da kommt theoretisch dieses hier noch hin. Denn ich könnte mir noch eine Karte nehmen hier aus dem Space Program. Und ich kann eine Karte aus dem Universum in die Agency legen. Und das würde ich sagen. The level is equal to the number of cars within. Diese Karte hier bringt Punkte, je nachdem das Level dieser Karte ist so hoch, wie die Anzahl der Karten mit türkisem Strang. Da habe ich jetzt eine Karte. Ist gerade nicht so heftig. Hier haben wir, da kann man eine Karte vom Deck auf die Hand nehmen, wenn es eine Technology-Karte ist, zufällig, das hat so ein bisschen zocken, dann kann ich sie direkt in die Agency packen. Ich habe zumindest eine Handkarte mehr oder ich packe sie eben in die Agency. Hier kann ich aus meiner Hand eine Karte ins Labor nehmen, zufällig. Das heißt, ich ziehe die zufällig aus meiner Hand oder lasse die ziehen. Wenn diese zufällig gezogene Karte von meiner Hand eine Propagandakarte wäre, hier sehen wir es besser. Hier sehen wir diesen Propaganda-Symbol, die fahren. Dann kommt sie direkt hier in die Agency und bringt mir am Ende Punkte. Also mehr Punkte als im Labor zumindest. So. Das sind so die Optionen, die ich auf dem Tisch habe. Und im Laufe des Spiels spiele ich eben immer mehr Karten und löse immer mehr Stränge aus. Meine Kartenauslage wird immer länger. Und so funktioniert eben diese Haupthandlungsphase des Spiels. Ist das Ganze vorbei, dann treten wir ein so ein bisschen erstmal in die Bürokratie-Phase. Das heißt, es werden alle Karten, die ich hier liegen habe, ausgelöst, die so ein Bürokratie-Symbol haben. Wenn es denn gerade passt, die auszulösen und wenn ich es dann gerade kann. Zum Beispiel haben wir hier bei dem Herrn Korolev. Das hatten wir ja schon. Wenn man keine Karten auf der Hand hat, ich habe noch die eine, dann könnte ich diese Karte wieder freigeben. Ich hatte die ja abgedeckt. Hätte ich jetzt keine Karte mehr auf der Hand, dann hätte ich diese Fähigkeit in der nächsten Runde wieder. Dann haben wir hier das Secret Project. Das zeige ich mir jetzt auch wieder. Ein schön schickes Bild. Secret Project. Und diese Karte kann ich jederzeit austauschen. Das ist natürlich was Geheimnis. Ich werfe die ab und nehme irgendeine Karte aus meiner Hand und lege die hier hin. Jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wäre die Reihenfolge anders gewesen, in der man spielt. Hätte ich jetzt nichts auf der Hand, wäre er wieder frei. So kann man das Ganze eben für sich so ein bisschen hindrehen. Und ich habe jetzt die Moon Speech von Herrn Kennedy. Und so wie ich den Herrn Kennedy spiele, na gut, hätte ich die Hand doch wieder auf der Hand gehabt, denn sobald ich Herrn Kennedy spiele, also hier haben wir dieses Zeichen, das ist das Zeichen für Sofort Action oder Instant Action und noch Bürokratie, also der ist echt gut, der Kennedy, beziehungsweise die Moon Speech, Kennedy selber ist es ja nicht, kriege ich eine Karte vom Deck auf die Hand, kann eine Karte von der Hand ins Labor spielen, gut, dann wird sie wieder leer. Und kann mir noch eine Karte aus dem Universum nehmen und das gleichzeitig, äh, und, äh, ich hatte mich ja entschieden, noch nicht, aber ich wollte gerne diese hier haben, die ich lege, so sieht es dann danach aus. Und, äh, sagen wir mal, ich habe diese genommen, so. Und könnte ich jetzt tatsächlich noch eine Karte nehmen und die in mein Labor setzen. Das muss natürlich, guckt man natürlich so ein bisschen auf die Auslage des Gegners, äh, um einfach zu sehen, welche Karte würde ihn denn vielleicht interessieren und die, ne, nimmt man ihm halt wieder ab. Dagen wir mal vielleicht, äh, Propaganda. So. Ne, und so wird dieser Strang eben immer länger, bis irgendwann er nicht mehr in die Kamera passt und deswegen, äh, verlängern wir ihn jetzt an dieser Stelle einfach nicht mehr. Jetzt, äh, geht's weiter. Jetzt wird einfach, äh, das Auffüllen des Universums ist wieder, äh, eine andere Art für sich. Ich habe gerade keine Handkarten mehr. Sagen wir mal, Ellie hat noch eine Handkarte und, äh, könnte jetzt eine dieser Handkarten, ziehen wir mal hier zufällig, verdeckt und wieder ins Universum spielen. Ja. Wenn sie weniger als 7 hat, kann sie auch sagen, nö, mach ich nicht. Macht sie jetzt aber. Aber trotzdem, wir spielen zu zweit, ist es jetzt, äh, so, dass aufgefüllt wird, bis genauso viele Karten ausliegen, wie eben Spieler da sind. Zwei. Ja, also es wächst relativ mühselig in dieser Phase. Eine von diesen Karten wird jetzt umgedreht bei zwei Spielern. Zwei, äh, bei drei Spielern werden, äh, mehrere Karten umgedreht, also zwei Karten umgedreht. Und es ist der Jet Propulsion Lab und das kommt hier wieder schön sortiert zur Technology. Diese Karte wird wiederum erst umgedreht, wenn in der nächsten Runde alle sich positioniert haben, welche Kommandoaktionen sie denn spielen möchten. Und so wächst das Universum und so kriegt man eben, äh, ja, neue Karten von seiner Hand ins Universum. Wenn jetzt gleichzeitig, in diesem Fall war es nur die eine, wenn jetzt aber gleichzeitig mehrere Karten reingespielt werden. Sagen wir mal, Ellie spielt drei und ich spiele zwei. Das ist durchaus möglich. Dann sind das fünf neue Karten, die kommen. Die werden natürlich gemischt. So. Dass man, äh, auf jeden Fall nicht sofort sieht, was woher kommt. Komm, bei zwei Spielern ist das so eine Sache, aber bei mehreren Spielern ist das durchaus, äh, eine Option wert. So. Ne? Aber auch hier würde nur diese eine Karte, äh, wird die wieder weg, aufgedeckt werden. Die erste. Und es ist Werner von Braun. Werner von Braun, seines Zeichens Anführer. Und, ähm, hat eine Fähigkeit, nämlich er, auch er kann eine Karte von der Hand direkt in die Agency legen. Ja. Und hat eine Sofortaktion. Das heißt, man kann sofort vier Karten auf die Hand ziehen, wenn der Werner kommt. So. Alle anderen werden dann aufgedeckt. Die haben wir zur Seite. Alle anderen werden dann aufgedeckt, wenn es soweit ist, dass alle für sich festgelegt haben, was sie denn machen möchten in dieser Runde. Dann haben wir die Viking 1, Mars Orbiter. Auch ein sehr schönes Bild. Das ist so richtig Comic. Und, äh, dann haben wir hier die Saturn V. Die kommt hier hin. So. Hier haben wir, äh, Neil Armstrong, auch mal einen Anführer. Und wir haben das Space Shuttle. Es kommen absolut keine Breakthroughs, ne? Nur diese eine. So. Und so geht das Spiel eben dann, äh, über sieben Runden. Und am Ende des Spiels werden Punkte gezählt. Punkte gezählt werden für Karten in der Auslage. Und zwar alle Punkte, Minus natürlich, äh, Kommandokarten, ähm, die auf diesen Karten aufgedruckt sind. Das heißt, bei Konur alleine sind es schon vier Punkte. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das wären zwölf Punkte. Plus Karten im Universum. Drei in diesem Fall sind 15. Man hat natürlich ein paar mehr, ne? Plus Mehrheitenbohnen. Jetzt sind natürlich wenig Breakthroughs gekommen. Und ich müsste einfach mal eben zwei, drei Breakthroughs mal eben hier zeigen, um mit dieser Mehrheitenbohnen noch mal was zu erzählen. Na, dann haben wir hier den Lakes on Titan. First Man in Space. Und eine nehmen wir noch. So, Leica. Wirklich alles drin, thematisch, ne? Echt schick, schick gemacht. Alles, was dazu gehört. Nur, aber das werde ich, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wenn man spielt, achtet man nicht so richtig drauf. Das ist eigentlich ein bisschen schade. So, und diese Karten, diese Breakthrough-Karten, wirklich, hier mit Händen, da könnt ihr euch die Bilder angucken. Wirklich genial, ne? Auch hier Leica. Wirklich toll gemacht. Die haben alle eben diese Symbole. Jetzt habe ich hier drei Astronauten und einmal den Alien. Am Ende des Spiels wird neben dieser Punktewertung, die ich eben erläutert habe, noch geguckt, wer die Mehrheit hat bei diesen Breakthroughs. Wer also jetzt diese drei Breakthroughs ausgespielt hat mit dem Astronauten, der hat eine relativ gute Chance, die Mehrheit für den Breakthrough zu bekommen mit den Astronauten. Das sind sechs Punkte, ja? Und wenn diesen einen Alien hat und es sind kein anderer Alien vielleicht drin, sind das Ganze dann eben nochmal sechs Punkte. Also es sind über diese Breakthroughs insgesamt nochmal 24 Punkte zu verteilen, wenn sie denn kommen. Es kann natürlich auch sein, dass keiner Breakthrough-Karten großartig hat und dementsprechend werden sie dann eben noch nicht verteilt. Aber, wie gesagt, die Option besteht. Ja, und wer dann die meisten Punkte hat, hat der Space Race gewonnen und ist mit seiner Agency am glorreichsten entwickelt und von der Erde weggekommen. Ja, neben der Solo-Variante, die das Spiel noch bietet, gibt es noch eine andere Scoring-Variante, das ist die Cold-War-Variante. Und da wird nochmal zusätzlich geguckt, extra Punkte einzuheimsen, einfach darüber, dass der Gegner in bestimmten Beziehungen schlechter ist. Da haben wir eben diesen kalten Krieg-Effekt nochmal dabei, dass man halt auch zusieht, dass man einfach den anderen nochmal ein bisschen übertrumpft. Das war Space Race, The Card Game. Und ja, zum Fazit sehen wir uns dann gleich hier wieder. Ja, das war Space Race, The Card Game. Ich hoffe, ich konnte da jetzt so einigermaßen hinterhersteigen. Ich hatte eine Sache, die hatte ich öfter bei dem Spiel, dass ich so ein bisschen Probleme hatte, das einigermaßen straight zu erklären. Es mag so ein bisschen dieser etwas fiddeligen Abfolge liegen, dass eben, wenn sich zwei Spieler, also das fand ich immer sehr, sehr irreführend hier. Und da, wenn sich zwei Spiele auf die gleichen Stränge oder mehrere Spiele auf die gleichen Stränge konzentrieren, geht es eben nach den Zahlen. Und die spielen dann auch wiederum abwechselnd. Wenn es unterschiedlich ist, dann spielt man nach der Taktung der Stränge, also fängt mit Propaganda an und geht dann abwärts. Das fand ich oftmals ein bisschen verwirrend. Aber gut, das ist vielleicht persönliches Empfinden. Ich fand es teilweise ein bisschen dadurch ein bisschen verwirrend, einfach zu spielen. Was der Hammer ist bei diesem Spiel, das ist wirklich absolut Outstanding und jeden Zusatzpunkt, den wir immer für sowas vergeben, echt wert, ist dieses Artwork. Das fängt bei der Box an, das fängt bei den Karten an, das fängt natürlich aber auch bei der Ausstattung an. Leinenkarten, Holzrakete und dann alles in diesen wirklich passenden Foamcore-Inserts. Wahnsinn. Also das ist, sage ich mal, eine Ausstattung, die sucht seinesgleichen und ist allein schon eine Augenweide. Und wenn man dann diese Karten, die habt ihr gesehen, zum Teil toll. Absolut toll. Dazu kommt, dass das Thema echt ein schönes ist. Also diese, und auch schöne Mechaniken mit sich bringt. Also dieses Deep Space, sage ich mal, wo dann so umgedrehte Karten, die ich erst später erforsche, beziehungsweise erst später rausbekomme, welche denn da liegen, nachdem ich mich eben schon positioniert habe in der Runde, was ich denn machen will und komme, ach, dann kommt doch die. Oder halt, dass ich durch diese Karten, die ich eben reinspiele, Deep Space-mäßig, so ein bisschen steuere, welche von meiner Hand denn da jetzt in die Auslage kommen, auf die spiele ich hin. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Am Ende des Tages ist es sonst eine relativ reine Set-Collection. Ich nehme eine Karte, sortiere die ein hier in meinen Strang oder lege sie ins Labor für sichere Punkte und aktiviere dann diesen Strang und aktiviere die Fähigkeiten, die auf dem Strang sind und kriege so immer neue Karten einfach dazu. Sei es auf die Hand, sei es ins Labor, sei es in die Agency, je nachdem. Bei dieser ganzen Sache, so gut wie es funktioniert, bleibt so ein bisschen das Thema auf der Strecke, finde ich. Es ist letztendlich, konzentriert sich das Spiel dann selber, man achtet nicht mehr so auf die Karten und wie sie denn thematisch einfach in die Aktionen passen, die ich da mache, denn das tun sie eben einfach auch nicht immer, weil sie sind einfach die Aktionen, die so individuell, wie die Karten gezeichnet sind, so ähnlich sind eben auch die Aktionen, die ich mit diesen Karten mache, oftmals. Wo es sich ein bisschen unterscheidet, sind eben so diese Bürokratie und diese Sofortaktionen, habt ihr gesehen, bei der Kennedy-Ansprache, die dann so ein bisschen, ja, die bringt dann so einen Schub nach vorne. Bei diesen anderen, ne, ne, Kopolev, war das Kopolev? Und, ne, ne, das ist Kelloff, ne, Kopolev war ein Schriftsteller. Und dementsprechend ist es leider eben nicht so präsent, das Thema, was ich ein bisschen schade finde. Das sage ich ständig und immer wieder, wenn das Spiel mechanisch super ist, stürzt mich nicht so wahnsinnig, wenn das Thema nicht so präsent ist. Ich finde es, naja, ich finde es zum einen ein bisschen schade, weil es ein Thema ist, das ich sehr mag, weil ich denke, sofort, wenn ich dieses Cover sehe, russischer Kosmonaut Kennedy, haben sich sofort den kalten Krieg vor Augen, den finde ich, der nun sehr präsent war in Spielen in letzter Zeit und eigentlich immer, ja, gerne, gerne, gern gesehener Gast hier auf dem Spieltisch ist, bei mir zumindest. Und, ähm, aber wenn man jetzt also das Thema von diesem Spiel eben wegnimmt, bleibt eine relativ reine Set Collection über. Und, ähm, da muss man dann wieder, sage ich mal, Set Collection Kartenspiel, reiner Kartenspiel Fan sein oder großer Kartenspiel Fan, sage ich mal, um zu sagen, yo, äh, absolute Hammer, da ist mir der Michael, äh, da ist mir das Thema jetzt gerade völlig wurscht. Und, äh, das ist bei mir eben halt nicht so ganz der Fall. Aber, letztendlich ist es ein Spiel, das ich gerne ab und zu immer mal wieder spiele. Ich finde, zwei Spieler ist die ideale Spielzahl. Na, also, es ist, ähm, es ist, ich finde, es ändert sich eigentlich nichts dadurch, dass man vielleicht ein paar mehr Karten in der Auslage, aber auch daran dreht man ja letztendlich selbst, äh, im Verlauf des Spieles. Und, äh, ich hatte eigentlich so die besten Partien zu zweit, und, ähm, wobei ich oft fand, dass Partien mit mehreren, äh, Spielern das Ding oft nur in die Länge ziehen. Und es ist halt auch ein Spiel, das man relativ schnell runterzocken muss, so mehr oder weniger, weil es einfach auch, äh, irgendwann dann aufhört zu tragen, ne. Also, es sollte wirklich schon, eine Stunde steht drauf, und ich glaube, eine Stunde länger sollte man auch gar nicht dran sitzen an diesem Spiel. Dann wird's, ähm, einfach ein bisschen, hm, das gibt's einfach nicht her. Und wenn man dann wirklich das Ganze so ein bisschen schnurstrack spielt, sich vielleicht auch so ein bisschen, äh, thematisch, ja, was hätte man machen können, um da mehr Thema reinzukriegen? Vielleicht ein kleines Zitat oder irgendein, ne, also, äh, wenn ich, wenn ich Terrafo im Maas nehme, habe ich jetzt mal diesen kleinen Flufftext, der das vielleicht einfach reinbringt, der das Ganze aber auch so ein bisschen in so eine, in so eine Reihenfolge bringt, wie hat's denn da jetzt gerade passiert? Das ist hier eben leider nicht so umgesetzt worden. Und was, was ich total schade finde bei diesem Spiel. Absolut. Absolut. Und so lande ich eben, ähm, bei sechseinhalb Punkten, was aber natürlich immer noch, äh, ein gutes Spiel ist, dass dieses Spiel funktioniert wunderbar, und, äh, allein das Aussehen begeistert mich jedes Mal wieder, und dementsprechend, äh, ist das hier weiter von entfernt, ein schlechtes Spiel zu sein. Aber, ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft. Ja, und da bleibt mir jetzt am Ende einfach nur zu sagen, äh, ich würde mich freuen, wenn euch das hier gefallen hat. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr euch den Kickstarter anguckt, der läuft ja, glaube ich, aktuell noch, äh, mit der, mit der Erweiterung, ähm, Interkosmos, eure Meinung? Was, äh, sagt ihr dazu? Und, ähm, wie sagt ihr das? Wenn, wann, äh, ist ein Thema nicht mehr so schlimm relevant? Ich, ich, ich hab ständig diese, diese Sache, äh, also, dass ich ja oft so, aber gerade bei Eurogames sage, oh Mensch, ja, Herrgott, funktioniert doch super, macht Spaß, äh, und dann, wenn das Thema jetzt nicht so einzig rauskommt, ist ja so, ist, ist tatsächlich auch meine Meinung. Und manchmal ist es eben nicht so, ne, wo ist da bei euch so, die, äh, wo zieht ihr da so die Linie? Oder sagt ihr, das muss sowieso alles auf einer Höhe sein, Thema und Mechanik, das muss völlig stimmen, und, ja, das würde mich gewaltig interessieren. Ansonsten, wie gesagt, eure Meinung zu dem Spiel würde mich auch absolut interessieren. Und, wenn euch das hier gefallen hat, freue ich mich, wie gesagt, über einen Daumen, ich freue mich über Abos und jeden Kommentar, den ihr hier lasst, auch konstruktive Kritik, immer wieder gerne. Ich sag mal, besten Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!